Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Wir sind auf dem Weg zu Alvin, wir haben ja in der vergangenen Folge mit Gisela, 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 haben wir gesprochen und wollen Alvin ja noch ein bisschen helfen und da hatte ich ja gesagt, wir machen in dieser Folge weiter. Deswegen sind wir gerade auf dem Weg zu Alvin, wenn ich wüsste, wo der ist, in 17 Metern, hier rennt er irgendwo rum. Da ist er doch, unser Alvin. So, dann klären wir jetzt erstmal mit ihm. Du bist zurück. In Ordnung, das reicht jetzt. Mach dich bereit. Wofür? Gisela hat große Pläne mit dir, aber du musst dir beweisen, dass du der Mühe auch wirklich wert bist. Hat sie das gesagt? Nun, vielleicht hat sie das nicht genau diese Worte verwendet, aber sinngemäß stimmt es schon. Und was erwartet sie von mir? Dass ich alles stehen und liegen lasse und ein einsamer Jäger wie sie werde? Der beste Jäger im ganzen Land und darüber hinaus. Möglich. Willst du das etwa nicht? Sicher, ich wünschte, ich könnte es, aber ich habe die Jagd geliebt. Aber es ist nicht so einfach. Sicher ist es das. Du bist ein erwachsener Mann. Es ist an der Zeit, dass du anfängst zu leben. So wie du willst. Heißt das etwa, wenn ich jetzt einfach so zu Gisela gehe, würde sie mich in die Ausbildung nehmen? Ein bisschen länger heute beim Vorlesen. Ich glaube, ihre Pläne gehen über die gewöhnliche Ausbildung hinaus. Eine unglaubliche Reise liegt vor dir. Ich bin sicher, sie wird dich über die Grenzen dieses Tals hinausführen. Das haut mich fast um. Es klingt zu aufregend. Aber eins nach dem anderen. Du kannst nicht mit leeren Händen wieder bei ihr auftauchen. Du musst sie davon überzeugen, dass du es wert bist. Wie wäre es damit, ein Wiesent zu erlegen? Und wo soll ich jetzt ein Wiesent finden? Gisela war immer diejenige, die Tiere aufgespürt hat. Wenn wir zusammen jagen gegangen sind. Keine Sorge, mein Freund. Ich weiß genau, wo du welche finden kannst. Vielen Dank. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich nicht einmal mehr einen Bogen habe. Gut, dagegen kann ich etwas unternehmen. Ich besorge dir einen wirklich tollen Bogen. Aber versprich mir etwas. Was? Dass du aufhörst, an dir selbst zu zweifeln. Abgemacht. Ich bin bald zurück. Alles klar. Er braucht einen Recurve-Bogen. In Ordnung. Wo kriegen wir denn jetzt einen Recurve-Bogen her? Da hätten wir auch einen herstellen können. Gut, liebe Leute. An der Stelle vielen lieben Dank für die Klicks auf dem vergangenen Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank natürlich auch für eure Daumen. Freue ich mich sehr drüber. Und deswegen geht es natürlich hier auch noch ein bisschen weiter. Ich habe es in der vergangenen Folge angekündigt. Es wird dann natürlich am Wochenende ein bisschen weniger Folgen geben. Da wird dann auch ein bisschen was anderes laufen. Aber immer mal wieder eine Folge Medieval Dynasty werde ich einstreuen. Definitiv. Denn ein bisschen was haben wir ja noch. Aber seht mal, wie groß unser Dorf hier mittlerweile geworden ist. Das ist ja richtig cool. Auch hier die Wege, die hier eingezeichnet sind. Richtig schön. So, also wir brauchen einen Recurve-Bogen für Alvin. Haben wir denn nicht sogar einen zu Hause? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wartet mal. Technologie. Konnte ich das nicht irgendwo bauen? Jagdhütte? Reuterhütte? Ne, da war es nicht dabei. Fischerhütte. Langbogen? Recurve-Bogen hier. Braucht man Holzstand, Leingarn und Leder. Also wir könnten einen herstellen. Und ein bisschen Geld haben wir ja auch noch. So, was ich aber eigentlich gucken wollte ist, haben wir denn noch irgendwo freie Häuser jetzt? So, und ich glaube nicht. Naja, genau, wir sind hier noch an drei Häuser. Die haben wir angefangen zu bauen. Das passt. So, dann lassen wir unseren Snowflake holen. Da ist er. Der Snowflake ist immer und überall da. Gut, also. Dann würde ich sagen, machen wir heute mal ein bisschen gemütlicher. Wir reiten mal zurück in unser Dorf. Dann werden wir den Recurve-Bogen herstellen. Und dann werden wir gleich noch ein wenig an den Häusern rumbauen. Damit wir da noch den ein oder anderen ranholen können an Personal. Und wie gesagt, ich werde es dann auch mal so machen. Ich werde dann einfach mal eine ganze Weile ja, umstellen auf drei Tage. Und werde dann einfach mal ein bisschen nach vorne springen, sodass wir in der Jahreszahl hier wir sind jetzt im Jahr vier. Damit wir hier in den ja, vielleicht mal ins Jahr sechs, sieben, acht, neun, zehn oder so kommen und einfach mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Da hätte ich Bock drauf, das Ganze mal so ein bisschen zu verfolgen. Das werde ich auch tun. Das wird natürlich dann eine Weile dauern. Logischerweise. Und da werde ich euch zwischendrin dann immer mal wieder dazuholen. Euch so einen Zwischenbericht geben, etc. pp. Gut, also. Dann reiten wir zurück. Der Recurve-Bogen brauchen wir für Alvin. Und ansonsten läuft der Laden hier so weit. Es werden die Sachen angebaut. Also das mit unseren Bauern klappt ganz gut. Momentan ist auch genügend verfügbar. Normalerweise über Winter könnten wir sie jetzt auch abziehen, ne? Aber wir lassen es mal. Das ist krass, wie viel Ausdauer unser Pferd jetzt mittlerweile hat. Das finde ich richtig nice. So, jetzt gucken wir aber erst mal im Warenlager. Ich weiß nämlich nicht, ob wir nicht tatsächlich sogar einen Recurve-Bogen haben. Wir haben einen normalen Bogen. Hatten wir nicht einen Recurve-Bogen? Irgendwie bin ich der Meinung, wir hätten... Da ist er doch... Ne, das ist ein langer Bogen. Dann war es der langer Bogen, nicht der Recurve-Bogen. Ich meinte nämlich, wir hätten einen Recurve-Bogen an irgendeiner Quest bekommen, aber dem scheint nicht so zu sein. So, wie geht's denn unserer Hollen hier? Gott, Simira. Du siehst aus, als könntest du etwas Wasser vertragen. Du bist die Beste. Mach's gut, meine Liebe. So. Geh nochmal fix gucken, ob wir hier einen Recurve dran haben. Ne, haben wir auch nicht. So. Okay. Also, dann müssen wir einen herstellen. Das hilft nix. Dann bauen wir einen. Was haben wir denn an Geld momentan noch da? Wir haben... Ach, 18.100. Das reicht ja dicke. Dann lasst uns mal diesen Recurve-Bogen kaufen. Ne, müssen wir hier bei Jagd, ne? Wo war das? Jagdhütte 2. Genau. Schema kaufen. So, und was brauchen wir dafür? Wir brauchen Holzstamm, Leingarn und Leder. Also, wir haben ja unsere Armbrust. Holzstamm, Leingarn und Leder. Ähm. Ich will die Stämme gucken, was wir jetzt mittlerweile ein Material haben. Ja, ich denke, 7 werden reichen. Leingarn müssten wir auch noch da haben. Jawohl. Da waren es. Da haben wir eben 5 mit. Und Leder. Ne, so viel brauchen wir nicht. Verstetigen. Sehr schön. Dann sollten wir den ja hoffentlich drüben in der Schmiede bauen können. Gehe ich jetzt mal einfach stark davon aus. So, hier vielleicht. Holzwerkzeug, Holzwaffen. Recurve-Bogen. Hervorragend. Zack. Da haben wir einen Recurve-Bogen. Dann würde ich sagen, den nehmen wir dann mit zu Alvin. Wir warten natürlich. Warte mal, ich brauche noch was zu trinken hier. Gehst du mal ganz kurz? Das ist nett von dir, danke. So, wir trinken. Wir fixen noch was. Kannst weitermachen. Und dann bauen wir jetzt noch ein bisschen fertig an den Häusern, dass wir da ein neues Personal ranholen. Und dann geht es zu Alvin, würde ich vorschlagen. Dann gucken wir auch, was wir mitnehmen können zum Verkaufen wieder. Gucken wir mal, was wir Dung haben. Alter. Einfaches Säckchen haben wir auch genügend. Afer haben wir. Holzschalen werden hier. Okay, können wir auch wieder verkaufen. Holzteller können wir wieder ein paar verkaufen. Verbarren. Leinsamen haben wir noch genug. Hier haben wir auch schon wieder 482 Münzen. Die können wir mitnehmen. Pelzschuhe. Ton, Tonbecher. Tonbewurf ist auch schon wieder genügend da. Ach Leute, es läuft. Es ist sehr schön. Richtig gut, wenn es rund läuft. Mehtflaschen werden auch produziert. Können wir Meht machen. Langbogen können wir verkaufen. Alles klar. Da würde ich aber gerade mal eins machen, weil ich gerade dran denke, Leute. Ich würde gerne mal in der Verwaltung die Mine anders einstellen, weil die könnten ja jetzt mal langsam anfangen, ein bisschen Eisen zu produzieren. So, Kupfererz haben wir ja jetzt erstmal genug. Da würde ich hier vielleicht ein bisschen runter gehen. Genauso wie beim Zinn. Und dafür noch ein bisschen Eisenerz dazupacken. So. Dann passt das. Landwirtschaft haben wir hier. Feldschuppen, der ist beschädigt. Okay. Dann die Werkstatt. Was haben wir hier? Kein Material. Für? Die Weinflasche. Ah, da brauchen wir Ton. Ah, okay. Da müssen wir dann auch nochmal schauen. So, passt auf. Lasst uns mal jetzt hier das rausräumen, was wir nicht zwingend brauchen. Äh, die Holzschaufel, Holzstämme können wir behalten in Kirschsaft. Ich schmeiß das jetzt alles mal hier rein, weil das brauchen wir dann eh wieder. Feldschuh, Recurve, Bogen, Stachelbesitzter, Knüppel behalten wir. Stöcke haben wir hier einstecken, Steinpfeiler. Weiß ich halt nicht. Wir packen das alles wieder ein, wenn wir, wenn wir losgehen. So, Leute, jetzt lasst mal schauen. Holzstämme brauchen wir vor allen Dingen mal. Das wird jetzt schon wieder zu viel sein. So ist machbar. Aber unser Hammer ist auch schon wieder fast kaputt. Dann können wir den Tag nämlich jetzt noch nutzen. Gleich kriegen wir noch ein Haus fertig, können wir schon wieder zwei Leute ranholen, wenn wir eh unterwegs sind. Weil, wie schon in den anderen Folgen erwähnt, es ist halt, ja, es sind halt viele Mütter geworden jetzt. Was ja dann aber auch wieder bedeutet, dass wir wieder neues Personal dazukriegen, wenn die Kinder halt irgendwann mal groß sind, das ist klar. So, natürlich hätten wir jetzt Stein gebraucht. Was, was denn sonst? War mir doch vollkommen klar. Ähm. Was machen wir? Wir holen mal unseren, unseren treues Ross hierher? Ach, Pferde müssen wir uns auch noch kaufen. Seht ihr denn? Unser Pferdestall ist ja schon fertig. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Ja, bist ein Feiner. So, pass auf, du kriegst jetzt mal hier die Holzstämme alle. Denn ich muss nochmal fix zurück. Wir brauchen noch Stein. Dann müssen wir hier noch ein bisschen verputzen. Wie gesagt, so dekorieren will ich noch, aber das in der Folge machen ist halt auch doof, ne? Das mache ich dann halt wirklich außerhalb der Folgen. Wahrscheinlich, wenn ich dann hier eh laufen lasse. Dann werde ich da die Zeit nutzen, um ein bisschen zu dekorieren eventuell. Und das zeige ich euch dann natürlich in den kommenden Folgen alles. Klarer Fall. So, wir haben 400 Steine. Das sollte auch ausreichend sein. Zack. Ich habe schnell bauen eingeschaltet. Na, das nochmal kurz zur Info für die Leute, die sich jetzt vielleicht fragen, warum baust du die so zügig? Ich habe schnell bauen an. Gerade bei den Sachen, die wir ja schon gesehen haben. Ein paar Sachen haben wir ja noch zu bauen. Also unter anderem so eine Getreidemühle und sowas. Die muss natürlich hier auch noch hin. klarer Fall. So. Ein Fundament. Drei Fundamente. Drei Fundamente. Sehr schön. Dann geht es halt wirklich recht zügig. Das ist sehr, sehr angenehm zu bauen. Das haben sie richtig gut gemacht, das da einzufügen. Die Steine. Gerne mal hier rüber. Dafür gibst du mir die Holzstämme bitte alle. Sehr schön. Danke, Snowflake. Zack. Zack. Und zack. So, und die bauen wir natürlich alle in Holzform, würde ich sagen. Ja. Eingangsbereich machen wir aus Stein. Rest wird aus Holz gemacht. Das gefällt mir einfach am besten, muss ich sagen. Ja, ihr kriegt nur ein Fenster, habe ich beschlossen. So, und das da oben natürlich auch noch. Holz, und dann können wir das auch alles noch entsprechend. So, da brauchen wir zwei, das passt genau. Ah ne, behalte die Steine mal. Wir gehen jetzt noch ein paar Holzstämme holen. Ach, herrlich. So langsam fühle ich mich hier richtig pudelwohl in so einem kleinen Dörfchen. Richtig gut geworden. Da müssen wir halt mal gucken, wo wir die Mühle, die Mühle würde ich vielleicht gerne da oben noch irgendwo hinsetzen. Ne, die haben wir, Moment, wir können ja mal reingucken. Haben wir die schon, also ich meine, es gibt hier eine Mühle. Doch, müsste es geben. Ja, genau, hier die Windmühle. Die setzen wir da auf jeden Fall oben noch hin. So. Dann lass mal sehen, Bretter brauchen wir auch. Ist halt schade, dass man nicht so viel nehmen kann, diesen Holzstimmen. 32, 31. Das ist halt so das Höchste der Gefühle. Dann bist du schon so ein bisschen am Maximum, was das Gewicht angeht. So. Auf geht's. Ist schon wieder Feierabend oder was? Ne, es ist ein Stall. Kein Wunder, da arbeitet keiner. Noch nicht. Wir brauchen erst Pferde. Abliefern an Alvin. Recurve-Bogen. Machen wir, machen wir alles am nächsten Tag. Der Tag ist noch jung. Zack. Und zack. Zack. Da fehlen noch die Steine. Hier fehlt jetzt noch ein Ding. Aber jetzt können wir das hier wenigstens fertig bauen. Snowflake, komm mal her. Ach ja, unser Dach müssen wir ja auch noch. Da machen wir ein Holzdach draus. Und dann ist schon die nächste Hütte wieder fertig. Wir nehmen jetzt Snowflake fix mit. Ich glaube mit ihm können wir ein bisschen mehr transportieren und ein bisschen zügiger auch. Das ist halt das Nervige, wenn du halt so Gebäude dann außerhalb oder nicht in der Nähe von diesem Materiallager baust. Dann musst du halt immer ein bisschen hin und her. Es bleibt dann halt nichts anderes übrig. Langsam. Wo wartest du hier? Wo sind wir zu Hause? Wo sind wir zu Hause? Hier unten. Holzstamm. 50 Stück, kann ich mich da noch bewegen? Nee, 50 Stück ist dann schon zu viel. 40 Stück. So, jetzt habe ich nur 10 einstecken. No, ich bin ein Held. Na, dann nehmen wir aber auch gleich mal ein paar Bretter mit. Okay. Haben wir eigentlich die Möglichkeit noch einen größeren Rucksack? Das wäre natürlich auch noch was, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr tragen können. Aber ich glaube, wir sind schon ziemlich am Maximum. was das Tragen angeht. Bretter darüber. Die Holzstämme darüber. So, dann ist er schon mal voll. Dann können wir aber noch ein paar Holzstämme mitnehmen. Laufen wir jetzt rüber und rufen ihn dann dazu. Müsst du mit? Ja, ich glaube, wir müssen kommen. So, scheint Feierabend zu sein schon wieder. Allgemein. Wie schick das jetzt auch aussieht hier mit unseren Fackeln. Das gefällt mir richtig gut. Wobei die Laternen müssen wir natürlich auch noch bauen. Also zumindest mal alles so bauen, dass wir alles mal gesehen haben. Perfekt, dann können wir hier aber schon wieder Mann und Frau mitnehmen. Da haben wir jetzt noch mal zwei, vier, sechs Personen, die wir ranholen können ins Dorf. Also ich denke, das sollte doch hinhauen. Ist klar, jetzt brauchen wir nur noch. Wo bist du? Na? No Fleck. Da kommst du ums Eck. Ja, bist ja ein Feiner, bist ja ein Feiner. Ah, das waren zu viel. So. Zack. Kleines Haus fertig gebaut. Wunderbar. So, Snowflake, komm mal her. Gib mir mal jetzt die Holzstämme bitte. Ähm, da müssen wir die Tür aus Stein hervorragend. Dann verbauen wir nämlich jetzt noch das Material, was wir haben, auf jeden Fall. Läuft. 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 Jetzt gleich schlafen gehen. Das hat auch wieder zeitlich alles hervorragend hingehauen. So. Snowflake, hast du jetzt noch was einstecken? Nö, dann ist gut. Können wir aber gerade mal hier noch die Dinger abändern. Da oben bauen wir auch noch. Perfekt. Aber das ist auch schon wieder fertig. Snowflake, du kannst in den Stall. Wir gehen schlafen, Leute. Na? Euch geht's gut? Ademar und Pomi? Ich will's doch schwer hoffen. So. Lass mal kurz waschen. Wunderbar. Mann, so dreckig muss ja kein Mensch ins Bett. Ach, warte mal. Ich wollte mal ganz kurz hier reingucken. Was für die unnötigen Sachen jetzt so wie Bretter, die brauchen wir jetzt halt beim besten Willen nicht mitschleppen. So. Also, auf geht's. Ach, unser Junior schläft schon. Guck mal. Der ist schon im Betting. Wir machen es aber noch ein bisschen warm hier drin. Und dann... Auf in die Falle. Schönen guten Morgen. Leo. Dem haben wir ja ein schönes Spielzeug geschenkt. So. Eselchen. Da oben kommt er. Wunderbar. Dann lassen wir uns die Sachen zusammenpacken, die wir verkaufen wollen. Bierflaschen haben wir noch. Da müssen wir Bier reinfüllen, logischerweise. Passt mal auf, den Bogen braucht auch kein Mensch mehr. Wir haben 62 Bronzebachen, Bronzehacke, Bronzehammer, Bronzemesser. Bronze Sense. Da könnten wir dann wieder ein bisschen bauen. Das werde ich machen. Dünger. Der ist halt sauschwer. Deswegen verkaufen wir den auf dem Markt. Einfaches Säckchen lassen wir hier. Eisenerz wird jetzt auch gesammelt. Federn. Fischbär. Flaxhalm. Ja, das bleibt alles. Das bleibt auch alles. Eine Holzhacke. Die können wir verkaufen. So. Und dann haben wir hier Holzschalen. Die einzelnen, die verkaufen wir jetzt mal. Holzschaufeln. Elf Stück. So viel brauchen wir auch nicht. Holzstämmer, Holzteller. Das passt. Kirschsaft, den wollen wir. Ne, abbrechen. Ich möchte den Kirschsaft haben. Kohlsamen. Haben wir jetzt auch noch nicht so viel Kupfer. Können wir dann auf jeden Fall mal ein bisschen. Das ist halt sauschwer. Müssen wir vielleicht einen anderen Marktstand wieder einrichten. Dann haben wir hier Kupferpfeile. Kupfersichel. Langbogen. Den können wir auch verkaufen. Leder. Gucken wir, was wir Leder haben. Auch sauschwer. Das könnten wir eigentlich auch so verkaufen. Leinsamen. Haben wir erst verkauft. Mehl ist genügt da. Monsamen. Äh, blauen war jetzt erst neu an den Mohn. Aber es läuft ja auch hier. Seht ihr ja. Geld ist ja genug da. Pelz haben wir genug. Die Pelzschuhe können auf jeden Fall rüber. Brockenkorn. Rote Beete. Salz haben wir. Steine haben wir. Steinhacke. Steinmesser, Stein, Pfeil. Die können wir noch mitnehmen. Und Tonbecher. Flasche Weizenkorn. Ja ne, das sollte eigentlich so passen, oder? Die Sachen verkloppen wir gleich noch. Und jetzt bringen wir aber erstmal den Recurve-Bogen nicht einstecken. Nicht, dass wir den jetzt da lassen. Ne, das war der Langebogen. Jo, da haben wir einen Recurve. Alles klar. Ah, vielleicht mal noch fix was frühstücken. Das wäre noch ganz sinnvoll. Wunderbar. So, auf geht's. Dann bringen wir Alvin mal seinen Bogen. Dann werden wir ihn ja wahrscheinlich bei der Jagd begleiten müssen. Wir haben hier aktuell nur die Holzarmbrust. Den würde ich gerne mal, ich glaube es gibt noch eine Eisenarmbrust. Die würde ich natürlich auch gerne mal sehen. So, und der fällt mir gerade ein. Nächsten Monat sind ja schon wieder steuernfällig auch, ne? Es ist ja schon wieder Winter. Im Frühjahr ist ja immer steuernfällig. Ja, das werden wir unsere Frau mal schicken. Die hat jetzt Zeit. Die ist nicht mehr für unseren Junior unterwegs. Dann kann sie, glaube ich mal, äh, sich durchaus damit beschäftigen. Aber guck mal, wie lang die Ausdauer jetzt von unserem Esel ist. Da links. Wir können jetzt dauerhaft echt viel, viel länger mit den Hufeisen noch mal viel, viel länger im Sprint unterwegs sein. Und wenn das bei den Pferden noch mal eine Schippe drauf ist, ist das halt richtig cool. Was ich mich halt frage ist, vielleicht wird das ja noch gepatcht, also nicht gepatcht, sondern doch reingepatcht vielleicht, dass so einen, so ein Fuhrmann, dass man den sich auch bei sich am Dorf dann hinstellen kann. Das wäre natürlich auch richtig gut, ne? So. Alles klar, da wären wir. Dann lasst uns erst mal gucken. Heißt doch, da ist doch der Alwin gleich. Aber wenn du schon hier rum bist. Du bist zurück. Hier hast du deinen Recurve-Bogen, der eines guten Jägers würdig ist. Er mag kleiner und leichter zu tragen sein als ein Langbogen, aber mit ihm schießt du genauso kraftvoll, wenn nicht sogar kraftvoller. Das ist genau die richtige Waffe für eine Wiesentjagd. Das ist wirklich großzügig von dir. Allerdings weiß ich immer noch nicht, wie ich ein Wiesent aufspüren soll. Nein, aber das wirst du auf deiner Reise sicher lernen. Aber ich muss wissen, wie ich Gisela beeindrucken soll, damit sie mich gleich wieder davonjagt. Damit könntest du ausnahmsweise recht haben. Aber eins nach dem anderen. Ich werde dir jetzt jedenfalls mal helfen. Dir ein letztes Mal helfen. Im Norden von Borowu haben Wiesent ihre Weidengrund. Achte auf jedes noch so kleine Detail, wenn du ihnen nachstellst. Ich danke dir vielmals, aber meinst du wirklich, dass ich das tun kann? Alvin, du kannst es nur herausfinden, wenn du über deinen Schatten springst und es versuchst. Ich weiß, dass du es kannst. Deine Zukunft hängt davon ab. Du hast recht. Ich kann es tun. Ich werde es tun. Heute. Ich habe nicht viel zu lange zurückgenommen. Ich werde nie vergessen, was du alles für mich getan hast. Von jetzt an werde ich auf mich selbst vertrauen. Eines Tages werde ich von Alvin, dem großen Jäger, hören. Ganz bestimmt. Pass auf dich auf. Das werde ich. Leb wohl. Und hier. Nimm. Ich brauche das nicht mehr. Pass auf dich auf, Alvin. So. Alvin wird zum Jäger. Da geht er hin. Der gute Alvin. Da geht er hin. Jetzt haben wir eine neue Quest. Nächtliche Jagd. Lass da mal. Das ist eine Nebenquist. Aber wir brauchen Eisenpfeil, Münze, Dinger, Stereportation. Ja gut. Das passt schon. So. Haben wir hier noch die Storyquist? Ich warne dich. Haben wir hier noch. Oh weh. Ich habe nicht wütend erlebt. Sprich mit Dragomira. Wird nach dieser Jahreszeit verfallen. Oh weh. Ich habe sie noch nicht wütend. Jetzt verstehe ich, warum mein Vater meinte, wenn er sagte, dass das Einzige, was... Das Einzige, das heißer und gnadenloser tobt als Feuer, der Zorn einer Frau ist. Ach genau, derer sollte man glaube ich noch was Schickes kaufen. Na dann gucken wir jetzt erstmal. Das dürfen wir natürlich nicht verfallen lassen. Hallo. Aha. Hier habe ich schon alles abgeknüpft. Ihr habt alle keine Kohle mehr. Das ist ja doof. Wo finde ich? Passt mal auf. Händler? Besonderes. Seltene Waren. In Hornica. In Hornica, sagt sie. Ja, dann lass uns doch da mal hinreisen. So, was ist denn mit dir? Kannst du irgendwas Gutes? Du könntest Diplomatie ganz gut. Großartig. Wir sehen uns dort. Weißt du, was du jetzt machen kannst? Unseren zweiten Warenstand kannst du aufmachen. So. Wo sind wir denn? Eins, zwei, drei Schwangere. Vier Schwangere haben wir. Vier schwangere Frauen aktuell. So, Oswalder. Pass auf. Für dich haben wir extra ein Häuschen gebaut. Da kannst du rein. Und dann würde ich fast sagen, Oswalder. Oswalder geht erstmal in die Bauhütte. Die geht erstmal renovieren. Bis wir dann einen würdigen Nachfolger, einen würdigen Mann gefunden haben. Weil momentan ist hier keiner mehr. Ein bisschen schade. So, aber ich glaube, wir haben hier tatsächlich... Hat Edwin noch ein bisschen Geld? Wir haben hier allen die Kohle abgeknüpft. Da müssen wir eine Hornica verkaufen. Na, der hat auch nur noch sieben. Ne, das springt erst in der neuen Jahreszeit zurück. Okay, Leute, dann lasst uns mal nach Hornica. Was? Was ist hier? Was haben wir denn hier für ein Symbol? Das ist das, was hier oben jetzt in der Mitte ist. Was ist das? Was kann ich für dich tun? Da braucht jemand deine Hilfe. Ah, ist er der neue, der neue, ähm... Na? Kastellan, kann das sein? Dass wir bei ihm jetzt künftig die Steuern entrichten müssen? Das wäre natürlich möglich. So, jetzt lasst uns mal gucken, ob hier irgendjemand noch Kohle hat. Oder ob wir denen alle schon die ganze Kohle aus der... Hier, auch. Nur 52. So. Bei dir haben wir aber Kühe gekauft. Du hast Geld. Das holen wir uns jetzt wieder zurück. Ja. Ich war live, die dir die besten Gäste in der Valle. Ne, das auch null. Ach Gott, denen haben wir alle die Kohle geklaut, ey. Okay, Leute, dann bringt's nix. Dann gehen wir mal nach Hornica. Denn in Hornica gibt's besondere Waren. Und da werden wir unserer Gattin mal was Schönes gönnen. Würde ich sagen. Du kommst, wenn wir dich rufen. So, was kostet uns denn der Trip nach Hornica? Hornica 300, ja komm. Dann ab dafür. So, da waren wir doch schon. Aber ihr braucht auch tatsächlich jemand unsere Hilfe. Aber vorher verkaufen wir ein bisschen Kram. Na? Wer bist du denn? Hubert. Ich grüße dich. Das ist sehr schön, aber ich hab jetzt auch ziemlich viel Kram für dich. Pass auf. Ne Eisenhaken, ne Eisen-Sensor. Die haben wir jetzt bekommen. Durch die Albin-Quest. Ne Holzhake kriegst du von mir. Hier, das kriegst du. Acht von denen. Und das kriegst du. Das kannst du haben. Ne Holzschaufel. Die vier Holzschaufeln kriegst du. Kirschsaft kriegst du. Langbogen kannst du haben. Die Pelzschuhe kriegst du. Noch ein paar Tonbecher. Das war's. Tatsache. Alles klar. Haust du rein. Ähm. Wartet mal. Ach, guck mal. Hier sitzen doch zwei. So, was kann er gut? Er kann gut handwerken. Und du kannst? Gar nichts so richtig. Passt auf. Dann machen wir das anders. Äh, ich bin gerade dabei, ein neues Ding aufzubauen. Großartig. Sehr schön. Rambert. Der Rambert kommt jetzt zu uns. Äh, Verwaltung. Rambert, wo bist du? Da ist er. Rambert wohnt jetzt natürlich bei... Na, wie heißt sie? Oswalda? So, Oswalda ist Bauhandwerker. Das werden wir ändern. Den Bauhandwerker wird jetzt... Er. Er kann nämlich gut, äh, handwerken. Und die gute Oswalda... macht jetzt den zweiten, ähm... Marktstand wieder auf. Den hier. Das kann sie nämlich ganz gut. Mit Fähigkeiten drei. Und dieser Marktstand... Äh... Gewinnung, Produktion, Dienstleistung. So, Marktstand. Da müssen wir jetzt natürlich einstellen. Ich hätte gern, dass sie... die Metalle und sowas verkauft. Ähm, das gehe ich mal davon aus. Das ist Material, ne? Was haben wir denn dem anderen? Der ist für Rohstoff... Ah, nee, wartet mal. Kann ich hier nicht? Doch, kann ich. Ja, kann man doch hier ein bisschen verkaufen. Drei Prozent. Kupferbarren, Zinnbarren, Brossebarren. Da kann er hier noch ein paar verkaufen. Ja, ja, ja. Passt. So, und was haben wir sonst noch? Was könnte sie denn dann verkaufen? Art der Waren wählen. Werkzeuge, Kleidungsstücke, Kräuter. Ja gut, wir bauen halt momentan noch nicht wirklich viel, ne? Ne, dann werden wir mal gucken, ob Oswalda was anderes machen kann. An sie ist jetzt da nicht besonders gut drin. Kräuterhütte. Aber da arbeitet eh nur einer, die müssten wir mal erweitern. Ansonsten haben wir überall genug Arbeiter. Landwirte haben wir genug. Jagdjäger haben wir. Koch. Oh, wisst ihr was? Sie geht jetzt noch in die Küche. Solange. Ich denke, das passt. So, wo ist denn jetzt dieser besondere Olaf-Brauchhilfe? Leonard, Helga. Zeig mir deine Waren. Bis nicht. Huch. Carolina vielleicht. Nee, du hast nur... Aber bei dir, wenn wir schon mal hier sind, können wir ja gleich mal gucken. Sattel, Satteltasche, Schuhe, Schlauchmütze. Eine Stoffpuppe. Ach, wisst ihr was, Leute? Wir nehmen unserem Sohnemann eine Stoffpuppe mit. Zack. Das machen wir. Da freut er sich. Hat ein Holzschwert und eine Stoffpuppe. Und weil wir gerade schon mal hier sind, Leute. Guck mal. Wollen wir uns... Oh, 4200. Das ist halt schon teuer. Das wären 8000. Ja gut, da hätten wir aber immer noch. Wie viel haben wir denn aktuell? 17.795. Braucht man halt noch jemanden? Naja, da warten wir. Da fahren wir nochmal runter nach Hornika. Ich wollte aber jetzt gerne wissen... Wo finde ich Händler? Besonderes? Seltene Waren. In Hornika jetzt. Ist mir schon klar. Warte mal da. Was ist denn hier? Ah, sie könnte es sein. Ah ne, Drogo Mira. Mit der sollen wir ja sowieso sprechen. Perfekt. Guten Tag. Ich suche nach einem schönen Geschenk für meine Frau. Natürlich. Ich habe einige interessante Dinge im Angebot, mit denen man geliebte Menschen eine Freude machen kann. Suchst du nach etwas Bestimmten? Nicht wirklich. Darf ich nach dem Anlass fragen? Meine Frau ist wütend und ich würde gerne am Leben bleiben. Das Übliche. Ich verstehe. Hast du wirklich etwas Falsches getan oder geht es eher darum, dass du nicht gut getan hast? Letzteres. Ich sehe schon. Das hier dürfte das Richtige sein. Es kostet 500 Münzen. Das ist nicht gerade günstig, aber ich nehme es. Jetzt ist nicht der Augenblick, um geizig zu sein. Ein Gewürzbeutel. Weiter. Eine glückliche Frau bedeutet Seelenfrieden für ihren Mann. Und das, mein Freund, ist unbezahlbar. Hast du recht. Du machst dir keine Vorstellung. Dann gehen wir unser Holden doch mal das Geschenk noch überreichen, würde ich sagen. Okay, Hornika. Das müssen wir uns merken. Da gibt es noch ein bisschen was. Jetzt fahren wir aber erstmal zurück nach Gustovia. Ich meine 300. Komm. Das können wir uns leisten. Steht da noch, Snowflake? Du bist halt ein Feiner bist du. Ja. Du bist ein Feiner. Du wirst auch nicht durch Pferde ersetzt. Also vielleicht doch. Ich will es ja ausprobieren, aber... Du wirst immer unser Snowflake bleiben. Entschuldigung. Wie der eben geflogen ist. Alter. Das war so Instant Stop. So. Auf geht's. Komm. Wir haben auch Durst. Wir müssen zurück. Und dann würde ich sagen... Sehen wir uns dann... Ähm... Ja. Dann wieder im Frühling. Da schauen wir dann mal, was es da noch so zu tun gibt. Wenn alles gut läuft, kommt die Folge dann auch gleich morgen. Weil das hier sollte eine Samstagsfolge sein. Und ich denke, dann... Die Sonntagsfolge kommt auf jeden Fall noch. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen was fertig bauen. Geld sammeln, ne? Das ist jetzt halt das, was wir momentan machen. Aber im Winter haben wir jetzt eigentlich nicht mehr viel. Wichtig ist immer, dass die Felder... Meines Erachtens, dass die Felder halt wirklich fertig sind. So lange muss man halt warten. Und dann sehen wir weiter. Gut. Also, jetzt überbringen wir unserer Frau mal noch unser Geschenk. Dass die wieder gut zu sprechen ist auf uns. Gostovia. Da steht sie. Und guckt. Und ist angepisst. So. Schatz, ich wollte... Ich habe ein Geschenk für dich, Liebling. Oh, du hast... Was bestimmt... Was stimmt diesmal nicht? Nichts. Ich will nur... Ich meine, ich habe Unrecht. Ich hatte Unrecht. Es tut mir leid. Schatz, standest du etwas neben dir? Ja, aber ich würde nicht sagen, dass du Unrecht hattest. Ich verstehe, wie schwer das alles für dich sein muss. Wirklich? Wirklich. Du kümmerst dich um unsere Familie und erträgst das Leben mit mir. Dagegen kommt einem Bären... Kommt einem Bärenring und Bäume fällen wie Kinderkram vor. Ich bin hier nur die reine Muskelkraft. Danke, dass du meinen Anteil an all dem anerkennst. Anerkenn, meine Süße, du bist der Kapitän dieses Schiffs. Eine Frau in deiner Position. Ich bitte dich. Ich tue, was ich kann, glaube ich. Also, du bist mir nicht verdammt böse. Verdammt verliebt bin ich in dich. Oh. Ich liebe dich, mein Ehemann. Und ich liebe dein Geschenk. Ich liebe dich auch, meine geliebte Ehefrau. Wir haben 5000 Münzen bekommen. Ich habe auch etwas für dich. Ich dachte, ein Geschenk für mich wird sicher teuer. Und wir brauchen im Moment alles Geld, was wir bekommen können. Also hier. Das ist ohne Frage eine große Hilfe. Woher hast du das? Ich weiß, wir hatten eine Abmachung, dass ich nicht arbeite. Bis der Kleine etwas älter ist. Aber ein paar schlechten Bauern für ein paar Münzen etwas beibringen, das ist ja nicht wirklich Arbeit. Du weißt doch, wie gerne ich den Leuten sage, was sie falsch machen. Sogar umsonst. Du erstaunst mich jeden Tag aufs Neue. Ich muss jetzt los, aber ich bin bald wieder zurück. Da freut sie sich doch, unsere Gottsimira. Und sie hat uns noch 5000 Münzen gebracht. Was uns auf 22.500 bringt knapp. Sehr schön. Okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich hier mit Rasenmeer. Bis zur nächsten Folge. Dann gucken wir mal, was im Frühling alles so ansteht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Denkt an den Daumen, so wie in den vergangenen Folgen auch. Vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich euch was. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. companies Jennifer. Tschüss. Auch das sind die. Tschüss. Tschüss.